ja willkommen bei namens dann über die und ich begrüße euch zurück zuletzt bettelt auf der serie in der letzten folge sind wir immer noch durchs feindel dann sind ja durch gerannt und von da kam ich habe ich nicht und wir haben zwei von diesen komischen bossen erlegt die uns neue seelenbrecher und mystic arts geben zwei fehlen uns noch einmal für welt und einmal für eleanor und ja ich bin jetzt noch mal hier ganz kurz gucken das hat mich glaube ich jetzt sie sind ein ding geführt wo ich noch nicht den boss besuchen konnte weil das mal gucken es war fünf minuten er nur aber mein gern ist ja wie ein sieben deswegen musste ich jetzt noch mal nachgucken wo er hinführen dafür tier also ja weiß ich kann nur diesen einweg gehen ausgesalten ich bin natürlich noch mal zurückgegangen habe gespeichert auf diesen einen button speicher punkt und wie ich mich kenne wird jetzt so weil sie nicht die nächsten zwei minuten wahrscheinlich irgendwie ein speicherpunkt auftauchen so läuft doch ja normalerweise naja freue ich mich schon gehört wir wollen ja weiß ich wollen wir eigentlich von heute noch den finalen boss erledigen wollen wir ja ein bisschen durch das feine dann hier durchkommen und so in greifbarer nähe des finalen boss gelangen oh ja aber daher noch so acht dinge acht die sind alle einzelnen dinge haben okay dann sind wir ja echt nicht mehr weit vom finalen boss entfernt hallo ich dachte ich dachte da dauert ja noch so eine woche oder so aber nähe anscheinend sind wir jetzt schon sehr nah haben finalen boss jetzt nicht gedacht dass diese kann man ja extra noch so dinge sind so für die bosse hätte wohl irgendwie eine wahnung kommen oder so ne vor ich gegen den finalen boss kämpfe oder so oder so wir müssen erstmal die zwei bosse noch erledigen vorher gegen den großen big boy arthurius und enormen hat hier kämpfen also ja weil sie nicht noch mal das natürlich erst mal das kugel wie kommt ich steigen lassen kristall die man kaputt machen können da kommen wir hin da kommen wir ein haltet haltet ein leute ich würde sagen wir kommen dahin kommen wir dann ja wir kommen dahin ich möchte mal genau noch hier die mystik art sehen die dritte noch nicht aber ist ja wieder so eine sache wir müssen ja tetra absorber ja einsetzen war gegen so eine gruppe von zauberern kämpfen dann ist ja mein gott ist aus wie der schritt immer so aus als aus wie von der kümmert von twilight sparkle aus weil die toni weil wir uns was damit sagen so weiter mehr hat jetzt gemacht diese brücke zu bauen geil ja noch dachte oben oder auch eine brücke stimmen ja da wäre ein bisschen dämlich dann gewesen diese eine brücke hallo da ist sowieso so eine kugel ich nehme jetzt mal an die ist für den raum die mal gerade gesehen haben wird es den ganzen weg noch mal zurücklaufen christophil der blauen himmel ja wenn ich jetzt den ganzen weg hier zurück klatschen weil es nicht für diesen einen raum dann leute nach dahinten ist auch eine brücke gebaut von süße eintritt eine bronze truhe geil wird ja richtig geiles drin sein der letzte singe mit vier bekomme schatzjäger oder irgendwie sowas ist da nicht eigentlich den titel oder so bekommen möchte man erst kompaktiv und dann kommt die truppe so was für arten braubendes zeug werden wir in diesen dingen finden sag mal trinke des lebens oder so lexier ja okay ist auch nicht schlechter wo tränke des lebens bräuchte es ja so weiter klingt verrückt weil wir jetzt gerade im elixier bekommen aber ich hätte gerne so fünf trinke des lebens lieber bekommen weil jeder zum boss kämpfer mir so ein zwei abgedrückt der maul ich höre die ganze zeit wie jemand so im hintergrund hustet so dämonisch und soll hat okay will ich noch irgendwann ausgehen machen wir vor gegen den finalen boss kämpfen ich möchte ja schon eher sagen ja möchte auf so einen geraden level ja noch so kommen so will 85 jahr so kann ja nicht so ein bisschen hier noch zu level dafür hat wir auf den höchsten schwierigkeit grad spielen würde ich jetzt sagen ist das spiel ist nicht so schwer ich meine ich sollte man zu diesem zeitpunkt hier sehr viel weniger level haben oder so ich weiß nicht wenn ich bin 20 level unter den gegen also unter den bossen und irgendwie acht level unter den normalen gegnern gleich ist das schon über level ich weiß nicht wenn der torius level sich jetzt nicht geändert hat seit der letzten begegnung in den ganzen weg ging gelaufen und war nicht auf die übteile ich kriege kürze wenn ich das level von der torius nicht geändert hat dann wieder jetzt auch noch so warte mal ist bestimmt auch ein bisschen stärker er hat 97 der torius ist level 90 watt ich bin auf chaos oder bum bum da ist ein sehr schwächer als die option ein mosse wie ich hier bekämpfe hat genau die stimmen leid war macht er hier ich hoffe es gibt wieder irgendwie sowas wo weiß ich wodurch ja wieder stärker wie jetzt hier ist es öfter man jetzt zum beispiel wie einige optionalen sachen hier erledigt hat dann wird der finale boss noch ganz eck stärker ich hoffe so aber ähnliches gibt so an dem spiel gott will ich ja kämpfen ich glaube ich werde ich trotzdem kämpfen ich glaube ja weil sie doch wenn wir dachten alles jetzt mehr und nein der köttelt auf mich runter mit stein wir haben alle nur zwei dinger ist mir zu gefährlich ist dann nie gut ausgegangen ich habe dieses ding da hinten mehr wo es mal los kopf ist das ist irgendwie so ein drachen kopf da stellt sich aus das ganze ding ist nur ein riesiger drache ich habe so viel irgendwie weil nicht videos von feiern deswegen kommt jetzt auch solche sachen oh gott hier weg ja spoiler denn 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 der feiern rückgang eines riesigen dachen kämpfen da war ziemlich episch so warte mal bin ich jetzt deswegen kam ich jetzt dazu warte mal da bin ich lange gegangen wäre ja und jetzt da gott da hat schon ich weiß hier das ist so furchtbar da ist noch so ein kristall ich habe noch eine kugel die würde ich gerne irgendwo reinpacken um ein und zu namen boss zu erledigen wenn er so freundlich werde ich mir den zu geben wir erstellen sieht schon wieder ein bisschen anders aus dieser twilight sparken sterne brücke der frage ist jetzt schon wieder wofür der andere weg er wird auch direkt ein neues gebiet rein wollen spiele müssen irgendwie einfügen irgendwie ihre türen oder gänge irgendwie so zu beschriften sinne von hier kommt ihr hier wird die story weitergeführt hier nicht soll jetzt die kugel jetzt kann ich schon wieder die ganz wenig zurücklaufen der liga wolke geil ich bin schon freund zurückgelacht das ist ein goldrohr die deutsche neu nicht im tag plus 9 nichts verkämpfer die keine assistiven sind ja also gehört sogar druck oder ist nix für dich aktiv wieder weg nein ok aber einfach nur so die stimme von ok auf deutsch aus irgendeinem grund er ist auch gar irgendwie skips und die kampf geräusche kann man irgendwie aus dem controller auch einstellen problem ich habe nie im ton von meinen controller an deswegen habe ich sowas nicht vielleicht mal irgendwie an machen dann irgendwie in den einstellungen habe ich das gelesen also könnte man irgendwie während den skips in die stimmen außen controller hören da wäre doch geil sollte ich mal an machen ich mache irgendwie den sound von meinen warte hat also den sound von meinen controller mache ich irgendwie immer aus weil ich immer denke da tut irgendwie die aufnahme ja stören und ich tue irgendwie nicht weil ich wenn ich gerade nicht am aufnehmen bin ja die einstellung an und ausstellen weil das wäre nervig ja wir gehen jetzt mal zum nächsten boss und ich kotze ein bisschen annotieren und speicherpunkt ist oder irgendwie so ein checkpoint mit dem ich mich hier von anfangen bis zum ende hier rein teleportieren kann aber ja aber gut diese aufnahme werde ich wahrscheinlich wieder speichern weil ich werde nämlich mal noch schaffen ja letzten beiden bosser zu erledigen nächste kommt jetzt hier in der kind war fünf sechs minuten dann werden wir nächsten haben wir auch noch hin zum park finden oder dann haben wir selber immer gut equipped zum finalen kam wie ausrufe zeichnen wir können das ist ein schnitter verleihen da das passiert den eisen ja sein ding ist voll gehabt bekommen wir schon bei bossen irgendwie dinger zu kommen da ist irgendwie verschwäxeln also ich war ja fünf dinger verdammt wenn die ganze zeit weg rennen irgendwie mit zaubern oder er kommt hier mit dreck dass wir experimentieren das war erst mal einfach hier einsetzen hallo was soll das da kommt mit blubber blasen handel ich beteubt das darf ich wahr sein ich mache was macht ihr schon wieder mädels ja ja noch mal das hat für einen blöde angriff blasen warum hält reisen nix aus ich verstehe ich habe doch wer wird gesagt die sollen wir heilen mit item ist jeder balken ihr das items eingesetzt worden sind sie sind doch aufgelaufen versteht nicht warum verdammt noch mal reisen nicht gehalten wurde er geht jetzt schon wieder drauf verdrück ja immer noch ein guter sie bau nicht fünf dinge mein gott reisen jetzt an ab und geil ist ja schon wieder fragt man ein junger ist ja gleich auch noch außen eingeht okay damit den mäßigen hat hallo ich sagte ihnen noch hier die ganze die sollen den ding seien oder machen wir nicht eben auf traditionelle weise fertig das war laff ist der job und hat noch mal es ab zu bekommen und wir gehen zum teilen wie der shop mit eisen nicht der teuer von riesigen fokus und also was und jetzt war ich da auch noch mal links aufer reisen aus und der mann hör auf dann der blubber blasen geladen naja super der los machen wie ist das hier schon wieder passiert so war ich gerade gespeichert ich könnte mal irgendwie so tun das führt hier überleben da muss man sich alle retten ja problem wie ist roko jetzt gestorben hat zum teufel ist ja eigentlich los war macht ihr eigentlich aber kann ich flüchten da war ein alter oku ehrlich das bräuchte tut und dass mein kampf noch mal neu machen geht ja wohl hier oder in der absolut katastrophe was hier passiert da kommt jetzt ein zauberer ich mich meistens noch nicht mal da bin mir bekannt noch mal zum teil passiert dann machen wir eben so kaputt ja ich brauche ich meine mystik art sehen wenn ich dich kaputt habe ja ich hab doch als zwei gedulden allein macht leute mein gott weil es wieder los sehen wie sie schon darauf hp 1 ist nach irgendwie sekunden aber daneben diesen hat schon wieder passiert was macht ihr eigentlich jungen erwartest hat dieses viecher so eine riesen angriffskraft ich habe jetzt er wird nie betäubt mit eisen ja noch einmal betäuben einmal kommt ja okay ich muss ja auch links abzuhören die seele obwohl eigentlich schlecht gut mann wo weiter so da ist am boden habe ich auch keine seele bekommen verdammt weg wissen hat doch mehr wohnpunch eisen sehr cool mit der hakenhand wer am besten gehen ich kann mit ihm im boss kämpfe nicht anfangen wir haben ein bisschen mehr kontrollieren kann man nicht so viel aber auch nicht verdammten ich habe keine ist okay ich muss irgendwie wieder blick teil danke brauche ich nicht so sehen ja proben um verdammt hat nicht gereicht doch die heilung nein ich meine ehr eingesetzt das computer computer naja so ich war ja gerade im seelen die macht von velvet da war schön muss man gelobt kommen ja das hat nicht gereicht der jahr kein wunder warum die hier so kaputt gehen ja da kommt ja gerade rein mal genug warum hast du keine sehen warum hatte sie haben jetzt keine sehen man hey was soll da hat wie viele sehne rumliegen was soll hat weg was million bett hat aua so also kann die leute hier wieder belegen stimmt sehr gut alle sind daneben irgendwie hat geschafft ich weiß nicht wir uns aus dieser situation gerettet nein das ist wieder irgendwas übermächtige sein auch mann hier sind schon wieder alle tode doch mal genug mit ein dinge näher war noch mehr noch mehr davon wer wird es gleich tot mein gott ich war ja nein man aber er ist ein angriff ok google ist wie ich sollte kotz mir nicht ob sie kauf immer noch dieses blöde fiel bringt mich hier noch zu verzweifeln vor dem final dann vergisst meine müßte allein zu setzen mal wieder weg ist hier aber war der trotter müssen also jetzt schreibe ich wieder tote ich wollte eigentlich nicht betäuben man nicht du mich gibt es einfach nicht der gegner ich mich ein bisschen auf weh möchte ich sowas von erledigen wird nicht so einfach man der zaubert aber viel zu viel die einlagen von den der töten uns hier alle auf einmal also war das schafft es hier die ganze zeit ist einsetzen was los mit der eisen irgendwann nicht stimme aber ich habe meinen sehen wie blöd eingesetzt aber ich muss ja echt elixiere einsetzen nicht voll heilen weil sonst wird das ist ein schwierig man hör auf mal alter ja mein gott geschnappt gut okay gut ist links kann man sich ja kaufen und bist du 1 ich habe nur einen schaden nahmen wenn ich irgendwie blocke naja ich hab da abgeblockt was soll dann eigentlich wir wollen jetzt noch nie ein witz was man einfach allein ich werde gleich mal lesen wo ich einsetze da meine hand da müssen wir schon eine chance gehen euch irgendwann machen kann ich ja noch eine seele da ist eine seele da ist eine seele damit ich habe nicht nur chance irgendwas zu machen hallo ich drück so schnell ich kann hallo warum fängt eigentlich die ganze zeit was soll hat ja geil er gibt mir sogar es ist mich geil warum er jetzt wo ich das weiß jetzt nicht mehr so schwer naja so zieht was ganz auf er gibt es noch nicht noch mal ein button mashing habe ich das gefühl attacke heißt dann jetzt irgendwie zauber ein danke danke das ist der falsche angriff leider und damit hast du ich wollte eigentlich auch waren für den dritten aber okay dazu ich habe eingesetzt macht dieser angriff dieser zauber des broken ich muss ja gleich raus und die neue ding kaufen also gefühl ich habe noch ein gesetzt was willst du eigentlich von mir also du musst schon irgendwie deine gegner betäuben und bei den ding sein zu setzen man gibt es da einfach nicht recht dass nicht das schafft mit einem angriff dass ich zu betäuben aber also kriegst nicht hin ich meine gegner hier bombardieren mit angriffen und punch eisen war ein schlag albtraum klau und impulses impulsives verlangen einige mystische art sind noch hätte jetzt sagte mir das erste einige mystische art sind noch hochwertiger als andere diese fächer an kosten und 5 sa und erfreuen die erfüllung gewisser sehen welcher bedingungen denn dieser art wird außerdem maximal es im sa um 1 da die ausführung eine der hochwertigen als drei oder mehr den kostet solltest du sie war besonders hartnäge gegner aufheben dann zu besiegen kann deine chance ausrüstung finden sehen manche albtraum klau und verfügbar wenn terrorisiert er zwei nach dem dritten oder späteren treffe einer komo mit und nach 20 zu kündiger terrorisierung gedrückt halten und wart diese fähigkeit stellt zwar keine kapie aber dafür eine große menge es aber die aufwärmliche zeit der terrorisierung kann mit einer höheren treffer anzahl abgekürzt werden so dass die staatsformation am unteren rand des bildschirmes rot aufrechtet kann die fähigkeit ausgeführt werden okay ganz doof ab der hat gemacht sind ausgezeichnet aber natürlich der boss für welt natürlich hätten wir ja nicht irgendwie eine andere entschuldigung irgendeine andere reihenfolge nehmen können wenn wir jetzt immer noch für ellennoi der boss mal im nächsten part machen werden okay müssen wir hier noch ich möchte unbedingt ein speicherpunkt finden kann nicht wahr sein wenn ich sagen dass ihr ihr müsst mir mindestens vor dem finalen boss irgendwie ein speicherpunkt hier spenden so viel schuldet ihr mir noch wir können nicht warten und den ganzen weg rein und raus laufe jedes mal teleporting dabei auch geil soja durch das ganze dann geschafft ohne zu verrecken zu oft und jetzt kannst du hier rein und raus wann du willst geil ist wenn ich großzügig man kommt schon weil jetzt wenn ich irgendwie ja heil gegenstehen und so machen wir gehen außerdem halben stände heil gegenstehen irgendwann aus da wisst ihr wir sind natürlich noch mehrere gegner aufgetaucht sind das irgendwie so im ersten gebiet irgendwie so 34 gegner und jetzt weil ich im zweiten gebiet kam direkt 34 neue gegner ich habe jetzt gedacht wir kommen noch eine ganze ecke neue gegner aber nein ich dachte ich mich beschweren also naja aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr ausrüstung gerne findet man ein mann total japan massel aber ich habe sowieso keine neuen sagt mir irgendwie gar nicht mehr meine ausrüstung gedacht hier im sinne von wir sind fertig warte mal da wir müssen den speichern oder sollte finden da ist ein neues gebiet ich werde npis haben aber die brücke gemacht genau hier mal stehen gebieten da sie volle möhre nach dessen speichern geil stimmtเรage angezeigt das land wird hier wohl bestimmt wenn ich alles richtig gemacht habe bisher irgendwo der letzte boss sein letzte mini post oder das mal schauen die frage ist dann wollte ich mache ich mit dem rest des parts ich will nicht noch ich will ehrlich gesagt nicht schon direkt mit martorius kämpfen ich möchte wenn schon dann noch wo ist der letzte ich wette dass da oben wenn man da oben hochgehen wird dann schon der letzte boss kommt ich bin elixierende melonen gelee ja wir haben ein problem ich weiß nicht wo der verdammte letzte optionale post hier ist er darf doch jetzt einfach nicht machen sein mann ich war so gut bisher habe ich schon gewundert warum wer wird aus ja schon das nächstes kam ist ja klar ich irgendwie ein verpasst habe da oben kommt schon der finale kam ich weiß es riecht schon nach vier kampf der fragezeichen das dingens kann man es will ich zielurischer ring kann sein hatte hier irgendwo ist leck mich das eine ersten ersten gebiet gut kanal und den werden wir jedenfalls im nächsten part aufspüren und im nächsten part uns vorköpfern knöpfen ich habe schon wieder heute ne und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder von let's play tales of berseria ich würde mich tierisch freuen wenn ihr einen like ein auer einen kommentar und sonst irgendwas zu lassen will und dann sehen wir uns wieder im nächsten paar tschüss